Leicht dumm. Wer hat dann nicht gewartet, dass der Mate kommt? Ich. Wer predigt immer, dass man warten soll? Ich. Wer ist behindert? Gut. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Matchmaking in CSGO. Hello Team, I go away long. Two flashed on long. They're coming. Long. Another one like. Ja, ihr habt mir beide Kills geklaut. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich einfach schon direkt zwei Assists. Das wären eigentlich zwei Kills. Komm, schau, ich gehe vor Defuse. Okay, das wächst uns ein paar Punkte ab hier. Verdammte Kacke. Das hätte schon mein Kill hier sein können, der 70er. Was Bombe? Top mit. Too short now. Coming. Shot is down. One lower tunnels. What the fuck? He's mid. Da steht er einfach hinter mir. Der Mate stand ja noch in CT drin und da rausgeschossen. Alles klar. Jetzt bin ich mit meiner Leistung schon wieder etwas zufriedener als vorhin. Im ersten Match war ich Top-Fragger, im zweiten war ich Bottom-Fragger und jetzt bin ich hoffentlich wieder Top- oder Middle-Fragger wenigstens. Warum geht nie jemand Short? Ist das keiner Short? Das ist natürlich herrlich, wenn man hier steht. Long one. He saw me. Ah, fuck. Ich bin so geliefert. Alles klar. Another one long. I'm gonna fall back. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, wo wir gekauft, beziehungsweise zumindest ein bisschen geforst haben, läuft es doch. Die zeigen sich nicht mehr auf lang. Kommen sie vielleicht... Ah, da ist ja der Kollege. Falls sie mich monigen, gehe ich nach rechts. Alles klar. Too short. Fuck, ey. Ich hätte früher nach rechts gehen sollen. Damit ich nicht im Verschieben da rumstehe. Ist der Letzte, ist der Letzte. Lass lieber nach, lass lieber nach. Oder so. Oh Gott, was machst du, was machst du? Nice. Souverän, weggenatzt. Souverän. Ich habe sogar ein Sternchen bekommen. Ich habe doch nur einen gekillt, hä? Ich habe so viele getötet. Einen ganzen. Noch ein Viertel. Ich könnte jetzt mit der Umbrand gehen und long wahrscheinlich mollien, wenn ich die Zeit dazu habe. Wahrscheinlich nicht. Ne, ne. Wahrscheinlich nicht. I go with. Mit der Storm. Hier ist Goose. Leicht dumm. Wer hat dann nicht gewartet, dass der Mate kommt? Ich. Wer predigt immer, dass man warten soll? Ich. Wer ist behindert? Gut. Also, warum macht er das jetzt? Wir haben Eco gesagt und er kauft einfach einen. Scheinbar gehen wir auch zur dritten Wahl lang. Alles klar, ich gehe schon. Fuck, wann ist Lloyd's Spiel? Upper Man. Das Spiel fängt wieder holprig an, so wie die letzten beiden auch. Der eine hat gesaved. Drei Leute haben die Eco'd und wer halt vorhin reingeforscht hat, ist jetzt halt gefickt. Fuck, he's barrel slow it. Oh, hab ich spring. Thanks. Und nach einmal hin droppen sie die Buben. Sehr gut, sehr gut. Gelb, bleib hier, bleib hier. Gut, 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 gut. Marinass. Marinass. Gelb, Marinass. Marinade. Shit, ich rieche so, die kommen gleich hier. Long is coming too. Die Jungs müssen die Onspot kommen lassen. Sonst werden wir hier genudelt. Dass er weg ist. Bomb is B. He's tagged. Komm schon, verbrennen, 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 verbrennen. He's on. Plateau. Down. Okay, nice. Oh, sorry. Beide, sorry. Das richtige Kanadier. Ach du Scheiße, one is short. Shit, man, sieben, dreien. Wir sind bei CT. Das ist doch, oder? Ich weiß nicht, eigentlich ist das zwei ausgeglichen. Doch nicht. Mir kommt es bei T hier immer viel schwieriger vor. Also wenn jemand auf short geht, sind wir hier richtig scheiße aufgestellt. Ja, wo bleiben sie denn auf short? One is short, he's there. Oh, 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 oh. They're coming close now. Ach du kacke. Ja, Long ist jetzt auch durch. Super. Sieht nach dem Safe aus, obwohl ich da nicht hingehen will zum Safen. Genau deswegen. Ja, safe denn bitteschön so. Keine Sau. Jetzt kommt der andere von Short und der ist weg. Fuck, 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 fuck. Shit. Oh, bei den Gegnern ist jemand gelieft. Nass. Wie immer die Flash auf Long. Kommt, nein, warum geht der nicht rein, der Zweite? Long car. Last one car. Nice. Na also, es geht doch. Es muss jetzt einfach so sein, dass wir das hier irgendwie holen. Shit, 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 shit. Warum sagen die jedes Mal neu an, wohin sie gehen? Long is clear. Nice, just one. So, sehr schön, sehr schön. 8,5 geht. Gerade so. Ich gehe scheinbar Short. Jetzt weiß ich es auch direkt. Also kann ich auch hin. Ich muss sagen, bei denen ist Short echt eklig, weil einer bei Mitte immer gerade da steht, wo man mit dem Kopf noch gucken kann und mir dann gibt. Nein. Na also, na also, na also. Es geht doch. Lucky Headshot, muss ich zugeben. Und ist still Short? Nein, 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 nein. Nur weil ich low HP bin, der versucht mich jetzt zu holen. Und wenn er kommt, dann laufen wir davon. Big Attack. It's down. Last one on long. Bomb ist down on short. Nein, geht nicht hin. Bomb ist down. You got the bomb. You don't need to push him. Na also. Okay, aber habt ihr es gesehen, wie sie gerade alle drei pushen wollten? Der braucht einen gezielten Schuss. Die sind alle so ein bisschen angefragt. Und dann sind alle drei tot an Erd geworden. Obwohl die Bombe auf Short für ihn praktisch unerreichbar down ist. Bitte, Leute. Come back. Two mid now. One mid. Scheiße. Dieses Time. Dieses Time-Pech. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich springe dann hin, weil ich runter in Tunnels wollte. Und dann kommen zwei. Nice. Bomb ist down. Das ist schon wieder so durcheinander hier. Die stehen alle so kacke. Genau. Einer sollte mal Short gehen. Oder zumindest auf A. Der andere B. Und dann einer mit. Dann passt es ja. Plantain on B. Are you coming, Purple? Purple hat ein bisschen gebraucht. Oh nein. Nicht einfach reingehen. Purple. Purple. Oh Gott. Da ist noch ein Account-Spot. Oh mein Gott. Wisst ihr, es waren drei Leute von uns gegen zwei. Und die AWP geht einfach alleine drauf. Der Rest kackt gerade rum. Guck mal, was die für einen Aim haben. Also die Gegner. Ist doch Wahnsinn. Es war nicht mehr ein nice try. Es war gar nichts. Aber hey, 6-9. Ja, Leute. Langsam wollt ihr gehen. One pit. Ja, pit is down. Let's go faster. Long is down. Another one long. Kommt der Long jetzt? He's running away. He's in front of me. Komm schon, hol dir meinen Assist. Oder hol mir meinen Assist. Und da ist der Assist drin. Was hab ich dem gegeben, diesem Dosier? Oh, 97. Ich hätte rangemusst. Shit. Leute, full force. Komm schon. A again. One spot us down. Maybe behind. Just watch, please. Okay. Ja, he's coming. Wow. Intuition hoch 10. Supernova. Redline. Mit einer goldenen Krone. Ist es als T doch einfacher? Nee. Nee. Außer wenn man natürlich gut rusht. Dann geht's schon. Es could be fast. Cars down. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woohoo. Dann gehe ich schon mal weg, bevor mich irgendwie so eine rumfliegende Kugel trifft. Ich hoffe, dass das ja auch wieder ein Win-Wirz über die letzten zwei Matches, auch wenn das beides Downrank-Matches waren und sie mir nicht allzu viele Punkte gebracht haben, haben sie mich wahrscheinlich oder trotzdem immerhin vom Downrank weggebracht. One on spot, ey. Na, fuck. Oh, one mit. Ich hab neun Assists. Scheiße. Da hab ich die Punkte her. Was bringt ein Assist? Einen Punkt, ne? Ach komm, das ist lächerlich, man. Neun verschissene Assists. Ich weiß schon, wie dieses Video heißt. Neun Assists. Nein, lass mich das verbessern. Neun verschissene Assists. Komm her. Skabee. Nein, 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 nein. Low HP and B. Nice. Ich wackel so rum, wie so ein... Warum hab ich einen Steady Aim in der einen Sekunde und in der nächsten... Wackelpeter. Schon wieder sterb ich als Einziger. Zehn Assists. Zehn Assis. Nice. Ich glaube, zehn war mein höchstes oder waren es sogar 16? Irgendwann hatte ich mal ganz viele Assists. Es war auf jeden Fall eine zweistellige Zahl. Oh, nice, nice. He's on B-Spot. Na, also, let's go B. Ja, B's clear. Door is B, right side. Einer Window, einer Door. Ich bin von beiden Seiten gefickt. Und ich sag ihn close the doors sogar an und dann hilft er mir nicht. Komm, den macht er, den macht er. Bitte. Die Runde haben wir gerade so versaut, weil unser scheiß Teamplay behindert war. Nice. Zum Glück. Zum Glück hat er die Runde noch geholt. Das war gerade widerlich, oder? Da sind wir uns alle einig. Dieses Teamplay. Und auch von mir die Situation, dass ich sie wirklich nehme, so wie sie ist und an beide rangehe, war auch bescheuert. Ganz klar. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerettet werden können vom Maid und der andere hätte auch gerettet werden können. Ich habe jetzt dreimal echt Glück gehabt mit meinem Team. Nice, let's go A. Another one on long. One edge. He's down. Oh, meine Smoke habe ich verworfen. Shit Smoke. Ah, shit. Fuck. Okay, nice. I go to Molly City. Flash City. He's elevator. One elevator. Short is down. Nice. Den nächsten Assists. Warum auch nicht? Hattet ihr schon mal so viele? Das ist schon irgendwie ärgerlich, oder? He's shot. Ich gebe zu, ich wollte die Kill haben. We shall overcome. Leute, ich habe ein bisschen Schiss jetzt gerade hier. Ich will meinen ersten Platz nicht abgeben. Mit one. She's gone to City now. Oh, shit. I on spot. Is down. Fuck. Ich bin mir sicher, hätte ich eine Nade geworfen, wäre er genau dann gekommen. Um im Werfen. Logisch, logisch. Fuck, man. Das hätte ich jetzt echt gern geholt. Ich mache ganz gute Kills, finde ich, aber das, ähm... One is mid close. He's gone to be. One is low HP. Four HP left. He's City mid. He's coming. Nice. He's down. Jawohl. Da hat er mir den nächsten Assist geholt. Danke für zwölf Assists. Na, immerhin verwandeln sie die Spiele ja auch. Das ist wichtig. Also, ich kann auch auf keinen Fall jemanden böse sein dafür, dass er mir die Assists erspielt. Lieber ein Assist wie gar nichts, ne? Upper mid one. So, da haben wir wieder die letzte Runde angebrochen. Und ich habe nicht genug Cash gehabt, um mir Kevlar zu holen. Dumm, 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 dumm. Du big duty. Ich hätte schon Bock, jetzt hier nochmal einen One-Click zu verdrücken. But I'm scared. I'm scared and alone. Und hier kommt bestimmt gleich ein... Ne, 3, 2, 1. Oder auch nicht. One short, I think. Short is molly. Komm, ich will noch einen. Ah, der Kollege ist da auf short. Alles klar. Schade, schade. Ich hätte jetzt gern noch hier irgendwie den 20. Kill reingehämmert. Keiner weiß, wo der letzte Drecksack ist. Und da habe ich mal wieder als Erster abgeschnitten. Chino, falls du gerade zusiehst. Du bist ja nicht auf deinem Rank. Doch. Die letzten drei Spiele war ich grundsätzlich auf meinem Rank. Aber das war jetzt nicht so pervers. Gut, ja, das gebe ich zu. Vorzüglich. Und guck mal hier. Wir haben einen Adler gehabt, aber im Gegnerteam auch wieder Doppel-AK. Shit. Ich bin immer noch Richtung Kack. Downrank. Nach 3-7. Und auch hier sind wir wieder bei fast 50 Minuten angekommen. Jetzt haben wir gerade 47. Aufnahmezeit. Das wird eine edle Folge. I know, wait. Vielen Dank fürs Zusien. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das sind Sachen zum Anklicken. Playlist. Letzte Folge.